Klickst dann erst mal auf die Queen oder auf den King? Sehe ich, sehe ich ja nicht. Okay, das ist ein bisschen doof weiter nach unten. Ja. Hallihallo, hier ist der Gusua wieder und ich habe hier eine Brille. Ich denke mal, für alle die, die es schon eine Weile bei mir ausgehalten haben, die wissen jetzt, was losgeht. Hinter mir, beziehungsweise im Hintergrund, hört ihr den Areto? Genau, herzlich willkommen auf meiner Seite und ja, wir machen heute eine richtig geile Challenge. Ganz genau, so sieht es aus, nämlich blinde Kuh. Das heißt also, ich setze mir die Brille auf und dann darf mir Areto sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Ja, dann fangen wir an. So, gehst du dann einfach auf Angriff und ich sage dann immer... Genau, achso, ja, genau. Genau, ich klicke gerade schon mal auf Angriff zumindest und auf Kampf hin und alles andere wird mir Areto jetzt sagen. Und machen wir mal los. Okay. Und du entscheidest halt, ob der Loot reicht oder wie auch immer. Du kannst eigentlich hinschauen, dass du auf Weiter klickst, weil nicht, dass du jetzt daneben klickst. Achso, okay, okay. Und ich will eigentlich gar nicht, dass du angreifst. Ja, okay, nee, nee, okay. Also, so zumindest. Und dann sagst du dann immer, okay, lohnt sich oder nicht. Dann sage ich Stopp, ja. Genau. Okay, warte mal. Ja, klar. Wir haben ja Zeit, 30 Sekunden. Der sieht eigentlich nicht mal so schlecht aus. Na dann, schieß los. Ja, 3400.de, 320k, Gold. Ja, klar. Ja, logisch, logisch, logisch. Aber das.de ist relativ mittig. Okay, probieren wir. Ja, wir könnten es probieren, wenn du das.de willst. Probieren wir es einfach. Okay, dann gehst du jetzt mal mit der Maus relativ nach oben. Links, ja. Achso, okay, nach oben. Weit nach oben. Okay, das zu hoch. Noch ein bisschen höher. Weiter nach links. Stopp. Okay, jetzt. Gehst du nach unten. Klickst dann erst mal auf die Queen oder auf den King. Sehe ich, sehe ich ja nicht. Okay, das ist ein bisschen doof weiter nach unten. Ja. Dann nach links. Etwas weiter rechts. Noch ein bisschen rechts. Okay, ein bisschen links. Stopp. Klick. Okay, jetzt wieder auf die Position, wo du Feuer warst. Weiß ich ja. Also irgendwo so, oder? Okay, ein bisschen weiter nach unten. Ja. Ein bisschen links. Okay. Jetzt versuch mal zu klicken. Ich weiß nicht, ob es geht. Ein bisschen weiter nach oben. So ein paar Zentimeter. Okay, passt. Und jetzt nach unten. So schnell wie es geht und die Heiler setzen. Wo sind die? Nach unten mit dem Pfeil ein bisschen weiter rechts. Okay, das war jetzt schon wieder ein Fail. Ich würde sagen, du versuchst es einfach nochmal mit der Klamburg. Okay, du gehst jetzt mal nach unten. Ein bisschen weiter nach oben. Nach rechts ein bisschen. Nach unten. Ein bisschen nach links. Okay, klick. Jetzt nach oben. Zu weit nach oben, ein bisschen nach unten. Klick. Okay, jetzt wieder nach unten, so schnell wie es geht, da wo du vorher ungefähr warst. So ungefähr? Ein bisschen rechts. Noch ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen. Rechts, rechts. Okay, stopp. Klick. Ja? Und jetzt ungefähr nach oben wieder setzt. So ungefähr. Du hast nicht geklickt. Scheiße. So? Ein bisschen nach unten noch. Links. Noch ein bisschen. Ein bisschen nach oben. Ja, klick. Und jetzt wieder nach oben. So. Aber du hast bei mir irgendwie schon wieder nicht geklickt, glaube ich. Okay, ich guck mal, ich guck mal gerade. Okay, nee, ich habe nicht geklickt. Okay, ja, ich würde mal sagen, verkackt. Dann probiere ich jetzt zumindest noch den Loot zu holen hier. Und wir machen aus dem Queen Walk mal einen King Walk. Und probieren hier halt. Bei der Sache ist einfach, dass es einfach viel zu lang dauert, bis du halt. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber gerade, das war ja immer die Challenge sozusagen, was halt nicht so easy war. Jetzt gucke ich mal gerade, ob ich den hier noch irgendwie retten kann. Ich denke mal schon. So ein bisschen, was sollte man ja noch holen. Ich denke mal, das Dunkle wird es nicht werden. Glaube ich auch nicht. Da bräuchst du jetzt einen Jump. Dann wird es sogar vielleicht was werden, wenn die Luft dabei jetzt fällt. Gucken wir mal hier. Noch ein Gift reingeballert. Ich muss sagen, das ist echt schwer. Ja, es ist nicht leicht. Leicht kann jeder. Leicht kann jeder. Du setzt halt dann die Queen und die stirbt halt schon. Ja, die Queen war dafür auch relativ schwer. Das stimmt schon. Wir haben es wenigstens noch auf 244.de gebracht. Juhu. Das stimmt schon. Also da, ich würde mal sagen, für das nächste Mal werden wir auf jeden Fall nicht diese Taktik nehmen, sondern dann halt wirklich irgendwie Barge. Oder machen wir mal nur Bogies. Das ist natürlich auch dann nur um einiges einfachere Lösung. Ja, dass man vielleicht irgendeinen, der ein bisschen Loot so außen in den Minen oder in den Sammlern hat. Genau, genau. Weil das wird selber schon schwer genug, sage ich mal. Und dann gucken wir mal, vielleicht sehen wir das dann beim nächsten Mal. Das kriegen wir ja bestimmt hin. So. So, und da sind wir wieder. Jetzt gucken wir uns nochmal den ein oder anderen fetten Loot an. Mal schauen, wie das hier so abläuft. Ich würde mal sagen, ja, knapp 900 Kasen zu holen. Wir drücken mal den Play-Button. Also, man sieht schon, er greift auf jeden Fall mit Riesen an, mit Bogenschützen, mit Baba. Und ein paar Kobolde. Ich bin echt gespannt. Ich weiß jetzt nicht, welches Drahthaus er ist, welches Level. Ich würde mal sagen, er könnte sieben, nee, nee, er kann nicht sieben sein. Er muss acht sein, weil der King auf sechs ist. Stimmt. Somit muss er auf jeden Fall acht sein. Und jetzt, ich meine, mit den Heels dabei passt, das ist in Ordnung. Ich muss ein bisschen auf die Riesenbomben aufpassen. Ja. Aber zum Glück haben die Riesen schon ausgelöst. Genau, genau. Also, er hat ja schon zwei davon ausgelöst, wa? Nee, mehr sogar noch. Ich glaube, er hat schon vier. Ja, also hier waren zwei auf jeden Fall. Ja, ja, dann wird er die vier ausgelöst haben schon. Und der King hilft natürlich richtig gut mit hier. Ja. Auf jeden Fall. Und hier der andere King, der King wird gefickt. Passt. Ja, und sobald du ja auch schon Magier mit dabei hast, die können ja auch schon was. Also, die waren aus der CB. Wie sehen die aus? Das sind Fünfer, oder? Ja, Level Fünfer. Das sind keine Komplett-Maxed. Nee. Nee, die Sechser sind auf jeden Fall rot. Also, die Splashen dann schon richtig gut ab. Wobei man muss aber auch sagen, dass der Gegner ja ziemlich low ist. Ja, da hast du vollkommen recht. Also, das hat nichts mit Tau 09 eigentlich sonst zu tun. Das stimmt schon. Und guck mal hier. Ein richtig Mega-Fail. Hier schön die Luftabwehr platziert. Und hier den Luftfeger. Wo du echt sagst, was? Also, ich sag mal, mehr WTF geht ja gar nicht. Also. Der Luftfeger steht ja komplett fail. Ja. Nee, auch die Luftabwehr selber. Also, das ist ja gar nichts gewesen. Aber ich meine, man kann ja auch mal Glück haben. Und ich meine mal, 900.000 nimmt man natürlich gerne mit. Mal gucken, wie es mit dem nächsten wird. Schauen wir mal. Jo. Ein starker Angriff von Tau Bay. Was auch immer das heißen soll. 97% hat er. Oh, da habe ich gar nicht reingeguckt. Ich gucke da gar nicht so genau drauf. Ich lasse mich dann immer überraschen. Naja, meistens schaue ich auch nicht drauf. Aber jetzt habe ich es gerade gesehen, wie viel Geld gemacht hat. Verräter. Nimm dir auf jeden Fall die Erdbeben mit. Auf jeden Fall. Ah, guck mal. Ja, ein bisschen. Das war direkt in sein Gesicht. Auf jeden Fall. Jetzt muss er natürlich gucken, dass er die relativ schnell hier aufkriegt. Ja, okay. Riesen stürmen das Ding. Ich würde sagen, wenn du gerade schon gesagt hast, 97% wurden es, dann hätte er garantiert, wenn die Erdbeben hier richtig gewesen wären, garantiert die 100% geholt. Ja. Weil ihm ja dann bestimmt nur die Zeit weggelaufen. Na, obwohl Zeit mit Schweinen, die läuft ja eigentlich mit Schweinen nicht weg. Ich glaube nicht, dass ihm hier jetzt die Zeit gelaufen ist. Wir können ja mal eine Wette machen, ob ihm die Zeit ausgelaufen ist oder ob er... Okay. Ich sage, es lief ihm die Zeit aus. Du sagst nicht, ja? Nee, ich sag krieg nicht. Okay. Weil ich würde sagen, die Schweine werden gekillt und er schafft es nicht mehr komplett. Guck mal. Ich finde die Schweine aber auch ziemlich low. Also mit drei. Auf drei, ja. Ja, 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 klar. Ich würde die nicht mehr unter fünf benutzen, also halt... Ja, er hat sie, ja, leider. Klar, also ich meine, man kann natürlich sagen, gut, okay, ich habe nur dreier Schweine, aber hm, ich verwende sie nicht, weil sie keine Fünfer sind. Das kann man natürlich auch bringen. Na? Ich finde er ist schwach unter der Schweine. Er hat noch, er hat noch die Heiler. Okay, die Heiler gehen jetzt natürlich auf die... Okay, wenn sie den Päcke halten? Nee, ich sag trotzdem. Ja, die Luftabwerfer sauts, glaube ich, ein bisschen. Die Riesen sind zwar noch da, der Päcker, ja. Es wird eng, 1,17. Ja, guck mal, jetzt sind die Riesen erst raus, weil sie auf die Dev gehen. Aber jetzt kommen die Kobis. Ah, er macht's spannend. Er macht's wirklich spannend. Ey, weißt du was? Den Luke kriegt auf jeden Fall. Weißt du was? Hat er nicht Bühnen vergessen zu zünden? Nee. Das war eine Verteidigung. Ach, du schuldig. Ich denke mir, hä? Worum steht der Angreifer auf der linken Seite? Nee. Okay. Oh, jetzt alle auf die Riesenbombe. Oh, das ist bitter. Das ist hart. Na, wie, was heißt hart? Ich meine, nicht für den Verteidiger. Aber erzähl mal was anderes. Man sagt ja eigentlich, der Earthquake geht nicht bei Lagern. Richtig? Nee. Man kann aber das Rathaus Earthquaken. Ja. Das ist mittlerweile, ja. Also, es ist so eine Sache, wo man sagt, aha. So, jetzt würde ich mal sagen, ey, es wird richtig knapp. Es wird richtig knapp. Wobei, jetzt tanken natürlich die Goblins. Ja, es war, glaube ich, ein Time-Fail, weil da oben die Bauhütte und das Armeelager noch stehen. Oh, ja. Ja, da ist die Bauhütte. Du hast vollkommen recht. Ja, ja, ja. Links die Bauhütte. Yeah. Sehr krass. Ja. Sehr ziemlich bitter. Aber, ja, Bonus ist eh nicht so hoch in Gold 1. Nee, nee, nee. Stark der Loot. Ja, also, ich sag mal, Tobi hat's leider, musste ordentlich federn lassen. Mal gucken, ob wir hier noch was gerissen kriegen. Neriza oder Neriza? Ja, 330. Ist, ich sag mal, da, 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 da mach ich wirklich mal auf vier. Können wir, können wir uns mal geben, ja, aber da ist ja nichts weiter bei. Also, ich sag mal, klar, das gab Blut, aber ganz ehrlich, 300.000 von beiden ist, ist nett. Klar, logisch, nimmt man gerne mit, aber ist nichts Besonderes. Zumal war nicht mal in den Lagern drin, war jetzt halt Glück. Ja. Mehr auch nicht. So. Aber apropos Glück, wie sieht's denn grundsätzlich aus? Ja, lassen wir mal laufen hier einfach. Wie sieht's denn überhaupt grundsätzlich aus? Bei dir ist es jetzt channelmäßig so, dass du ja auch beides machst. Ja. Und sagst du dir, oh, naja, ich will 50-50 haben, oder wie sieht's bei dir aus? Also, ich versuche schon, jeden zweiten Tag COC zu bringen, aber momentan ist halt Clash Royale so heftig gehypt und da kann man halt auch noch ein bisschen mehr machen, weil es halt ein neues Spiel ist. Deswegen bringe ich das momentan ein bisschen öfter, aber ich versuche auf jeden Fall COC nicht zu kurz zu lassen. Ja, hab ich aber auch gemerkt, besonders jetzt bei der Vorstellung zum Beispiel, hab ich ja auch drin gesehen, hab ich ja immer gesehen, dass immer wieder was ordentliches kam. Jetzt würde ich mal sagen, shut up and dance. Und zwar geht's hier gleich richtig los. Aber das wäre ja zum Beispiel ein Gegner, wo ich sage, okay, da würde ich auf jeden Fall nie mit Erdbeam-Spells reingehen. Also, da würde ich lieber dann Jump-Spells nehmen. Ja. Weil da sind jetzt die Mauern nicht so verschachtelt, da kannst du gleich drüberhüpfen und... Dass du meinst, dann hättest du eventuell noch den zweiten Jump halt theoretisch übrig, bevor du viermal den Earthquake nimmst. Ja, ich bin allgemein nicht so der Earthquake-Fan, aber... Na, ich bin... Na, die Sache ist halt, die mache ich grundsätzlich eigentlich... Alter, wie der die... Boah, Alter, wie er die Walküren spamt, Alter. Die sind richtig geil. Ja, die sind mittlerweile echt... Also, ich nehme alles zurück. Ich habe ja zuvor auch immer gesagt, oh, naja, Walküre. Aber wirklich dadurch, dass sie sich halt wirklich auch dann zwischen die Gebäude stellen und dann halt wirklich an beiden Schaden machen, ist das schon... Alter, wird der gefickt. Ja. Mit Walküren kann man mittlerweile ziemlich einfach zwei Sterne holen. Weil die rushen sofort zum Rathaus und das ist gleich tot. Was ich da auch natürlich einen großen Vorteil, äh, wo ich darin halt einen fetten Vorteil sehe, dass die halt auch gleich die Skelett-Fallen töten. Ja. Weil, wenn du jetzt einen Pekka hast, der Pekka braucht ewig, bis er mal die Skelette anbisiert und krepiert dann wieder ziemlich schnell. Das ist jetzt einfach der Vorteil bei den Walküren da. Ja, das stimmt. Alter, wie der den rasiert. Also, Joker, ich würde mal sagen, lief bei dir. Ja, das hat er auf jeden Fall sehr nice gemacht. Auf jeden Fall. Und guck mal, du siehst mal, das war nicht mal knapp. Guck mal, die Queen ist noch fast zur Hälfte da. Er hat noch die Magier richtig fett am Start. Guck mal, wie die jetzt... Und zack, da ist einfach mal Ende. Guck mal, da wären theoretisch noch, was weiß ich, zwei Bogentürme und Minenwerfer wären da locker noch gegangen. Ja. Aber richtig locker. Alter, richtig geiler Fight. Richtig cool. Und genau für so eine Dinger ist der Clan da. Das heißt, habt ihr richtig, richtig guten Loot. Oh, guck mal hier. 2,5k D-Elex als Townhall 7er. Bist auch stark. Das ist richtig fett. Überleg mal, was du mit 2,5k machen kannst in Townhall 7. Alter. Vor allem auch noch mit Level 4 Bogenschützen. Ja. Alter, er gönnt sich. Und ich hoffe, er hat auch noch... Na, obwohl, Townhall braucht er sich nicht wegsnacken, weil er... Da ist ja nichts drin. Weil wenn alles in Minen und Sammlern drin ist, ist ja im Townhall nichts als Lager drin. Wenn die Lager selber leer sind. Für die Pokis halt. Ja, genau. Genau. Nur noch für die Pokis. Aber die brauchst du ja bei Silber 1 nicht. Ja. Stimmt auch wieder. Da war ja was. Benutzt ihr ein Haste-Spell für die Pokis. Auch interessant. Ja. Auch noch nicht so gesehen. Genau. Aber okay. Wenn es läuft. Ich meine, gerade wenn du halt eben in so einer Situation bist, dass du sagst, oh scheiße, jetzt muss es schnell gehen, kann der natürlich auch richtig was bringen. Ja. Aber ich habe den sonst so persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich den noch nie wirklich verwendet. Ich auch nicht. Ich misse die Range einfach zu klein. Das stimmt auch wieder, ja. Ja. Bei den Loons zum Beispiel sieht man es dann. Da hat man gute Taktiken gesehen, aber die ist echt relativ klein. Das stimmt. Ja. Ich finde den auch nur effektiv, wenn man wirklich fast Max hat. Also ich habe den jetzt auf 1 und mit Loons, da bin ich echt überhaupt nicht zufrieden, wie das funktioniert. Da nehme ich lieber den Rage. Ja. Das funktioniert dann einfach besser. Guck mal, was... Na, ich glaube aber, das wird mit den Truppen nichts. Ne. Guck mal, also da hätte jetzt irgendwie schon mal die Held... Genau, jetzt kommt die Queen mit Heilern, aber... Wobei die eine Luft hat, wer im Ausbau ist und die andere, ja... Das könnte... Ja, guck mal, seine Low Troops sind alle... Also, jetzt die Barbaren und Bogies, die sind alle weg schon fast. Jetzt ist nur noch das, was in der CB war. Ja, den Rage hat er noch. Ja. Na, und jetzt mit den Helden halt reißt er es. Ansonsten wäre da nämlich Ende gewesen. Ja, aber das Rathaus kriegt er bestimmt. Ja, nee, den Lootern hier oben, denke ich mal, das hier auch noch. Ja, ja, guck mal, hier die Magier halt. Die reißen es. Ja. Der King ist jetzt down. Stimmt. Ja, Queen holt er. Aber guck mal, die Queen und die wird noch geheilt. Dann passt's. Dann passt's für ihn. Da hat er Glück gehabt. Wer ist denn die Luftabwehr denn da, ne? Nee, die Luftabwehr, also die Queen ist ja, schießt ja so weit, dass die eine Luftabwehr außer Gefecht setzt. Das passt ganz gut. Das habe ich ja schon jetzt öfter mal mitbekommen. Ich mache das ja mittlerweile ein bisschen öfter. Ich mache mal ein bisschen schneller hier. Ja. Ja, ja, Glück gehabt. Auf jeden Fall. Ja, aber so kann es auch laufen. Das sind auch knackige 500k. 1800.de. Ist okay. Läuft. Ja, genau. Und jetzt holt er sich noch das letzte. Alter, hat er ein Schwein. Ja, läuft. Richtig. Hätte ich wirklich nicht gedacht, weil wirklich am Anfang halt wirklich die gesamten Truppen halt, ich wäre gleich mit den Helden reingegangen am Anfang. Weil wenn ich halt acht Teile habe, fünfe auf die Queen und dann passt. Dann kann man schon mal richtig was reißen mit einer Elfer Queen, das geht schon. Ja. Da kann man schon was ruppen. Das soll es dann erst mal für unsere Folge, ja, ja, hu, 18 Minuten hier, für unsere Folge gewesen sein. Ich würde mal sagen, guckt ansonsten beim Areto Gaming vorbei. Channel wird natürlich verlinkt. Und dann gucken wir mal, ob wir demnächst auch mal den Guzo auf seinem Channel hören. Dann würde ich mal sagen, haut rein, Leute. Jo, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.